Wir sind am Berliner Hauptbahnhof und gleich treffe ich eine meiner kolumbianischen Studierenden oder Kolleginnen, muss man schon fast sagen. Letztes Mal haben wir sie in Namibia getroffen. Wie fandst du das in Namibia mit den ganzen Insektenleuten? Oh, das war sehr schön. Was hat dir da gefallen? Es ist mal was ganz anderes in Namibia zu sein, weil das, also auch die ganzen Insektenleute sind ganz anders. Andere Insekten, andere Menschen. Aus aller Welt sind die Leute da hingekommen zum Weltfliegenkundler und Fliegenkundlerinnenkongress. Und wir treffen jetzt meine Kollegin Carolina im Naturkundemuseum in Berlin. So funktioniert das nämlich in der Wissenschaft, dass alle Menschen sich miteinander austauschen, ihr Wissen über tropische Tiere, über Tiere aus der entsprechenden kälteren Region der Welt und so weiter. Immer alles zusammenfrickeln. Das nennt man Scientific Community. Also die wissenschaftliche Gemeinschaft. Wir gehören alle zusammen, egal aus welchem Land wir sind oder aus welchem Alter, aus welcher Altersgruppe. Also das ist alles nur Wissen, dass dann weitergereicht wird an die nächste Generation. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Bist du auch aufgeregt? Nein. Ihnen ist es mal wieder nicht aufgeregt. Ines, was genau fandst du mit den Insekten eigentlich jetzt so spannend? Das hast du gerade gar nicht gesagt. Ich fand das sehr schön, dass die auch die gleichen Schmeißfliegen, also fast die gleichen Schmeißfliegen, wie wir hatten. Unsere sind grün, aber die sind golden. Und dann sieht man auch richtig, weil die heißen doch auch Kaiser-Goldfliegen. Das stimmt. Da hat man wirklich mal gesehen, warum sie Goldfliegen heißen. Also die Deutschen sind ja nicht Gold genug, wenn die Grünen so schnell... Die sind ja eher so gründig, also sehr grün sogar. Und die sind wirklich, die haben wirklich sehr goldenes Schmeißfliegen. Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Manchmal haben die sogar richtig goldene Streifen drauf und so. Das ist total abgefahren. Ja, das sah schon aus. Das ist auch die Libellen. Wir haben mehrere Libellen gesehen. Bei uns sind die auch in grün und blau ganz oft zu sehen. Manchmal sind die ganz selten und rote und dort hat man eigentlich gelb, orange, rot. Wir haben keine grünen gesehen. Grün ist da nicht so angesagt. Grün ist nicht so angesagt in diesen heißen, trockenen Regionen. Aber jetzt warte mal, was die Karolina uns erzählt. So, da sind wir am Museum. Bevor es renoviert wird, das wird demnächst für 600 Millionen Euro. Jetzt ist November 2019 sehr viel Geld. Hättest du gerne 600 Millionen Euro? Das wäre praktisch. Da könnte man sehr vielen Sachen mitmachen. Wie Starbucks-Kaffee kaufen zum Beispiel, nicht? Nein, nein. Gutes tun. Sie meint, gutes tun. Und hier ist das Museum. So sieht es noch aus in seiner alten Pracht. Wahrscheinlich demnächst dann mega wegsaniert. Und wir sind mitten in der Science Week. Und die Karolina will am Eingang auf uns warten. Schauen wir mal. Ja, es ist die truth. Es ist okay. Ja, es ist okay. Okay, wir müssen jetzt auf Englisch switchen. Oder auf Englisch, weil du in Brüssel lebte in Brüssel for a long time. Ja. Welche words do you still remember? Alles gut. Und natürlich. Und... Und warum? Und warum? Und warum? Aber du hast irgendwelche bad words? Usually people learn swear words, you know, like bad words or something. Aber du hast nur gute words? Nur gute words. Nur in Spanisch. Kolumbien bad words. Okay, wir lernen einige Kolumbien bad words. Pagent. Was bedeutet das? Ah, sehr bad. Es ist zu bad? Was bedeutet das? Für mich, sie immer nennen mich Ciccolino. Was bedeutet das? Ciccolino. Ich denke, es ist etwas sehr klein. Es ist etwas sehr, sehr klein. Ja, sehr klein. Was müssen wir noch wissen, über Kolumbien? Gut Wetter. Es kommt von der Stadt von Eternal Spring. Es ist immer spring in Medellin. Ja, der sky ist blühe. All das ganze Zeit. People sind freundlich. Jetzt ist es vieles Regen. Aber der blühe Sky vielleicht geht aus. So, wenn Klima-Klumme in Kolumbien ist, der sky wird blühe. Ja, ja. People sind immer optimistisch. Was machst du jetzt in Deutschland? Ich arbeite mit Flies. Und ich bin hier, um eine Diptela-Kollektion zu besuchen, in der Führ-Naturkunde. Museum für Naturkunde. Museum für Naturkunde. Hast du eine Lieblingsflieheizung? Die du sehr magst du? Ah. Vielleicht... Califora vomitoria. Ja, ja, ja. Ich mag sie so viel. Oh, bei der Wagen, was machst du im Museum? Wir haben es nicht erklärt. Du hast einen Flieheizung mit einem kleinen roten. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Ja, es bedeutet... Ja, es bedeutet... ... eine Geschichte über diese Spezime. Und sie sind sehr interessant, weil sie mit den Muschrömen sind mit den Muschrömen. Und jetzt habe ich sie in Kolumbien gefunden. Die Fliehe... ... sind mit den Muschrömen? Die Fliehe sind mit den Muschrömen. Was ist der Name der Gruppe der Flieheizung? Mycetophilide. Schaut es auf Google. Es ist leicht zu schreiben. Wie schreibst du es? Es ist leicht zu schreiben. Okay, jetzt sagen sie in Spanish. M-Y-Z-T-O-P-H-I-L-I-D-A-E. Insetophilide. Warum arbeiten Sie mit Flies, die in Mushrooms leben? Weil Sie das tun? Erstens, ich lerne über Mushrooms und dann ich beginne zu sehen, dass die Flies drin ist und ich nicht mag sie. Und dann habe ich das Gefühl. Jetzt sind Sie beide ein Fan von Mushrooms und Flies. Sie sind Flies. Aber sie ist eine absolute Biologin. Die Deutschen haben immer ein Problem, sie bekommen nicht so gut in den resten der Welt. Und Bier. Also, Sie werden die Deutschen über Bier und Flies klagen. Ja. Aber Eliana und Karolina haben ein anderes Problem. Wann ging Sie auf der Subway? Oder auf der Train? Ich bin in der Uber. Hier in Berlin. Es war sehr kalt in der Morgen. Ich habe einen Koffer. Ich habe da, weil es nicht möglich ist. Ich konnte es nicht trinken. Ha! Du konnte es nicht trinken. Aber hast du es wenigstens warm? Oder nicht? Ja. Ich nehme es so, für ein bisschen. Und dann habe ich es nicht trinken. Ich habe es nicht trinken. Ich habe es nicht trinken, aber... Das ist nicht möglich. Aber was ist die andere Sache, die du in Deutschland missingst? Keine Beine? Keine Beine? Keine Beine? Ja, ich liebe es so viel. Beine? Beine. Was noch? Frikot. Ich liebe Lentils. Lentils? 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 How about Paisa food in general? Also, the little bananas. What are they called? Platano. Platano. They don't exist in Germany, too. So, what do you cook when you're here? When I'm here? Yeah. Just bread, cheese, eggs, Salat, and that's all. That's what she lives from in Germany. I lose a little. You lose weight? I lose weight. Send her platanas. Send platanas to her. As long as she's still in Berlin. There's another thing that Colombian people miss in Germany. And that is? It's l'Arepa. L'Arepa. Arepa is... Substantial. It's like potatoes for Germans, probably. Yes, it's like potatoes. Or rice in Asian countries. Do you prefer rice or arepa? Arepa. No doubt. No doubt. What do you do in Belgium? Do you cook something Colombian in Belgium or no? Yes. Yes, you do. Your mother does. Yes. She eats arepa all the morning because it's something for you in the morning, but you eat all the time if you want. And she lives for how many years? 30 years in Belgium. After 30 years in Belgium, still eating arepa. That's cool. Speaking about coffee, Marta, our boss, is she your boss? Yes, it's my boss. She's also my boss. Yeah. So Marta is our boss. What do you think she's sending? A coffee. Is it... What does Molido mean? Powder? Powder. Yeah. Yeah. How do you prepare it? With a machine or do you just pour hot water on it? What is the preferred method? The best way is using machine. Italian machine. It's possible. It's possible, of course. So... Café Real. Café Real. Thank you very much. She has a personal connection. Should we explain that? Marta has a personal connection to the coffee. Do you want to explain? His daughter produces coffee real. Buy coffee real. It is very good. It's muy bien. It's muy bueno. More gifts coming in. What is this? That's not the Ron Medellin. Not the usual type. It's a Caldas. It's very special. What's the difference? The flavor, the taste. It's really good. And you carry it, even though you can only carry 10 kg. And you carry it all the way from Medellin for me. Marta! Jego! Marta Jego Ron! Here comes a fan. How are you? My name is Mike, hello. What are you doing here? I'm looking around here. Oh, you're not at the Wissenschaftswoche? No. No. I'm just working here. So, here is our columbian student. What do you know about Colombia? Probably just accusations. Just accusations. Okay. He only knows about cocaine and drugs. What do you tell him? Tell him something. She's not happy. There are many things about Colombia. Scientists, flies, mushrooms. Yeah, mushrooms. Lizards, water, air. Orchidates and birds. Beautiful people, birds, coffee. And good flavor of food. Very good coffee. Also. And very good scientists. Yes. Like you. And also your contact here. We did not talk about her. She's the Diptera chief. Chief. Also from Colombia. Her name is Eliana Buenaventura. She works here. And she's the director of Diptera Collection. In Berlin, the capital city of Germany. What do you think now about Colombia? A great country. Sounds interesting. There we go. It works. Here's another person from Germany. And this is our contact from Colombia. Oh, hello. Hello. This is Mechtelt. Can you say Mechtelt? Mechtelt. I say it. I say it right. Mechtelt. 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 Yeah, not bad. Very good. Typical German. What do you know about Colombia? Mechtelt. Columbia, Colombia. I haven't been to South Africa. South America. Sorry. But we'd like to go there. We know of course some cities. Which cities do you know? Medellin. Don't help her. Yeah, Medellin. I know. I know some people from Colombia. I met in the United Nations. So it sounds still kind of familiar. So at least you know somebody. What did you do at the United Nations? I worked in the Kosovo mission. I worked in the press office after the conflict in Kosovo. Helped people understand what UN was doing. And there you met a Colombian person? Yeah, I think even several. We had people from all over the world. I see. The Colombians are everywhere. Did you know that? Like her? Yes. Yes, yes. Because you are also here. Now something springs to mind at Mechtelt. Yeah, well. Concerning Colombia. Peacekeeping is very important. But the parties are also important. And I think. Parties from people from South America, Colombia. They were always very popular. They are the best. And one reason why they are the best is. Not only do they have, of course, the best coffee in the world. That's true. But also. The best Ron. Oh. And I have a bottle. So it looks like a party. Let's start. This is what the museum looks right now. Before the renovation. And when you see the video in 20 years. You will not recognize anything at all again. Hello. Yeah. This is the corridor. Normal corridor. Maybe in the next years. No, it looks like. Harry Potter style. So. Exactly. Eliana's bureau. She's the scientific head of the Diptera collection. Oh my gosh. Pretty cool. For Olamya. Do you remember this? Yes, yes. Oh, yeah. Oh, beautiful. That floor. Salut. This was. This was. This was. Yeah. 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 An event. A sonderausstellung. That I opened. Together with Marta. And Marta cut the. She cuts the rope. So officially we opened it. We did not have a rope. So we just found. Some piece of string somewhere. But still. At least. We could open it officially. Columbia and Germany together. Opened this. A sonderausstellung. Yes, yes. Some years ago. When was it? 2014. 15. I don't know. From. No, you're right. 14. It started in 14. Now we are in the back. In the inside of the Diptera collection. And of course we have another connection to Southern America. You're the Brazilian guy, aren't you? Yeah. I am Antonio. Hello Antonio. I'm Marc. Hello. We are doing a YouTube video. Hola. You're also from Brazil. Yes. Yes. Alexandro. Alexandro. Do you think that the coffee in Germany is acceptable or no? Yes, it is. It is acceptable to drink German coffee. Yes. I have. I drank it. Do you believe them? Do you believe them? No. No. It's in their eyes. They are lying. No. I didn't say it was good. I didn't say it was acceptable. And you said just that you drink it. It was acceptable. Yes. She said that you can use it to warm your hands and not to drink it. The only use for it. That's the only use for it. He is from a region in Brazil that produce good coffee and now he lies. Which region? Which region is it? I brought the coffee of my city. Really? Which city is it? We are drinking it here. Yeah. Which city? We are not suffering yet. Which city? Sorokaba. A countryside city. She also brought me Colombian coffee. So I'm safe now too. That's very good. So now probably you're asking yourself what are all these people doing in cold Berlin in the middle of winter coming from a warm country but you do scientific work that means you revise something. What does it mean revision? What is it? To look at all the taxa that was already described and to rework them if they need to because back then they didn't have like microscopes with the kind of technology we have today to do this work and to describe these insects in minimum details we are capable of doing it right now. So do you like the NA2 or do you prefer to do it morphologically? Oh I am in the morphological side. Yeah he's too. Are you also a morphological guy? Yes also. Do you like to pull out genital organs out of very very small insects? Yes. Yeah. This is what I like the most. Really? What is the smallest? Sassy. Sassy indeed. What is the smallest insect you pulled out genital organs with? I think it's five millimeters. Ah that's already something. What do you think working with these people pulling out genital organs? Does it make you afraid or? Seriously yes. Seriously yes. She's a DNA. She becomes a DNA person now sooner or later. I do the two things. I do the DNA and morphological. But I like the two ways. And mushrooms. And mushrooms of course. Did you know she likes mushrooms? No. No. Yes you knew it. Yeah I knew it. She's in the right place. Do you like them because of my set of fillets? Yes I like that. That family because they like mushrooms. Okay. We had that before. And now we can check if we find my godfather fly. It must be somewhere here. It's a Pio fillet and I'm the godfather of one of the Pio fillets. I don't know. Do you know where the Pio fillets are? I don't know. Do you know where the Pio fillets are? I don't know. Cheers Southern American people. By the way. By the way. No Germans here. Only the Southern Americans are working. Think about that. Cheers. Cheers. Jetzt sind wir auch in der Digitalisierung. Schких. Hier werden die ganzen Insekten digitalisiert. Hier sehen wir mal dieses schön grün glitzernde und blau glitzernde von dem die Inessa gesprochen hat. Dann war es auch geil. So jetzt arbeiten wir hier. Und die studierenden müssen auch mysteriösen arbeiten. Tschüss. Der Chef ist hier und wie ihr schon wisst, er hat immer supergeile Krawatten, aber diesmal noch was viel Besseres, ein Einstecktuch. Mit Ameisen. Was ist die Geschichte? Die Geschichte dazu ist, dass man als Vogel bunt sein muss. Kann man das allgemein so sagen oder nur, weil du ja Professor Vogel bist? Das ist so, weil ich Professor Vogel bin. Sonst gibt es ja noch bunte Hunde, ne? Gibt es auch noch schräge Vögel, jetzt gibt es bunte Vögel und schräge Hunde. Sag mal, wie ist der Stand der Dinge? Du hast keine Schweißperlen auf der Stirn, obwohl ihr über eine halbe Milliarde hier verbraten müsst. Wie pocht dein Herz schneller bei dem Gedanken? Viel schneller, aber jetzt wo du da bist, weiß ich, dass wir gute Freunde haben, die uns helfen, das hier alles zu machen. Und auch der Gesellschaft zu erklären, warum das wichtig ist, dass sie über unsere Objekte und unsere Geschichten und über Natur was wissen müssen. Es ist schon eins der besten Museen der Welt und in Kürze wird es das beste Museum der Welt sein. Von allen Museen, auch von Kunstmuseen, das sage ich. Danke. Ja, ist wirklich so. Dann bleib mal dabei, wir sind auf einem guten Weg, wenn du das sagst. Jesus, da ist eine andere Person hier. Du bist der Hauptmann der Schweißperlen, der famousen Schweißperlen in der Front, ist das wahr? Ich glaube so, ja. Ich glaube so. Hast du es gefunden? Was macht dich der Chef? Ich habe es nur gekauft. Du hast es nur gekauft. Wie kann man das kaufen? Du gehst auf einen Flea-Market? Nein, wahrscheinlich nicht. Nicht auf einen Flea-Market. Wie funktioniert das? Du gehst und schaust es in Amerika. Und dann? Ich meine, du schaust mit realen Geld? Oder du schaust es gegen jemanden? Krypto-Kurrency. Krypto-Kurrency? Nein, nein. Das war nicht dann, richtig? Nein, aber was du sagst, wenn die Leute versuchen, die auf den Skeletons zu schausten? Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist nicht dein Problem? Nein. Was du sagst? Ich schaue sie auf, schaue sie bei den Feen und schaue sie auf. Normalerweise ich bin heavier als sie. Nicht auf den Dinosaur. Nicht gut. Du hast es versucht? Climbing auf einen Dinosaur? Nein, wir versuchen jetzt. Ja, wir engagieren die Leute hier. Ja, und schaust weg. Du auch in London like das Dinosaur in London. Aber hast du auch immer touchiert es ein bisschen? Nein, nein, nein. Ich bin ein guter Museum-Gerr. Sie ist eine Rolle-Model für alle von euch da. Danke sehr. Vielen Dank. Cheers. So, zur Feier der kolumbianischen und brasilianischen Studierenden haben wir für unseren Fototermin hast du eine kolumbianische Schmeißfliege rausgesucht. Eine echte Schmeißfliege, eine Kalifuride. Die kleine oben. Die kleine oben. Und die große, die magst du lieber. Ja, das ist eine Prachtbiene. Ja, das ist eine Prachtbiene. Du bist nicht so ein Depterien-Fan, mehr so ein Hymelopterien-Fan. Genau. Warum? Ich habe angefangen mit Krabbespen, um mich dafür zu interessieren. Und deswegen bin ich da auch hängen geblieben. Man sagt ja, dass Biologen und Biologinnen dem Objekt ihrer Forschung immer ähnlicher werden. Findest du auch, weil du so haarig bist, dass du wie so eine Hummel oder sowas hast? Ja, Hummeln mag ich auch sehr gerne, ja. Ich glänze noch nicht so schön wie die Prachtbiene. Würdest du gerne so schön glänzen? Ja, vielleicht zeitweise. Also die Prachtbienen machen ja, muss man nochmal sagen, die da, die Männchen reiben sich ihre Schenkel mit Parfüm ein. Und man weiß nicht, mit Orchideen-Parfüm. Genau. Und man geht davon aus, das machen sie, um Weibchen anzulocken. Aber man weiß es nicht hundertprozentig. Wenn ihr ein Prachtbienenweibchen seid, meldet euch und postet hier drunter, warum ihr das so geil findet. Man nimmt euch die Indu.